Okay, folgendes Problem Leute, ich habe denen gerade meine Munition gegeben, meine Waffe. Das fand ich überhaupt nicht nett, weil jetzt kann ich denen die Waffen nicht wieder abnehmen. Die vertrauen mir nicht. Ah, das sind Medikits. Aber erstmal den Computer haben. Hier sind zwei Medikits. Vielleicht können wir die damit teilen und dann sind sie wieder glücklich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie überhaupt nichts gemacht hat. Ah. Nee, oder? Natürlich wird der Kerl noch zum Zombie, gerade wo ich den geheilt habe. Dieses riesige Dreckschwein. Aber du willst nicht zum Zombie, okay? So. Du kriegst jetzt eine Schrotflinte. Wo willst du denn jetzt hin, mein Freund? Nicht von mir weglaufen, aber du bleibst jetzt ein bisschen länger im Leben, also nicht direkt wieder zum Zombie mutieren. Weil das geht mir langsam auf den Sack. Tür zum Dings zu uns. Da gibt es ja keinen Speicherpunkt. Habe ich eigentlich eine Pistole oder nicht? Zwei Stück sogar. Hm, was haben wir denn hier? Ich habe kaum Munition, wirklich. Hallo? Ich nehme mal eine Taschenlampe. Ah, was haben wir denn hier? Was ist hier in Gewehrmunition? Nicht gerade viel, aber immerhin etwas. Komischer Roboter. Ein Verteilerkasten. Natürlich bist du ein Ingenieur, ich finde nur Ingenieure. Kein Soldaten. Kein Sunny. Nein, immer nur Ingenieure. Ich brauche einen Techniker. Hinter dir steht da, ne? Okay, da machen wir die Tür auf. Oh, Zweifelpunkt und noch mehr Munition. Natürlich finden wir verschrubbt und so viel. Hier, du kriegst mal ein bisschen mehr. Waffen Munition, taah. Barogonter-Bastard. Dort liegt Munition, kannst du dir nicht nehmen. Auch egal. Das Beispiel wir ab, am besten zweimal. Und dann geht's auch schon weiter. Ich weiß nicht, was ein Techniker jetzt gefreben gefaselt. Ach, auch scheißegal. Dann gehen wir mal weiter. Noch ein Verteilerkasten. Jawoll. Hä? Wow, Walter. Was kommt die denn her, Alter? Wo ist mein Plum? Wer fährt? Wer ist der noch, oder? Ja. Autsch. Wenigstens macht er was. Wenigstens macht er was. Sehr schön. Ein bisschen Rücken, der Konk tut immer gut. Ja, das kann ruhig ausgehen. Heute sind alle zu spät zur Arbeit erschienen. Gestern Nacht habe ich selten Geräusche gehört. Wahrscheinlich hat das nichts zu bedeuten, aber dieses Geräusch gehen mir nicht. Wenn mir aus dem Kopf das Team ist nervös und macht einen zermürmten Eindruck. Wine scheint trotz dies des gestrigen Vorfalls der einzige Mann in guter Verfassung zu sein. Bist du eins? Nein, du bist stolz. Noch mehr Granaten. Heute Morgen habe ich ein großes Loch in Lüftungsschach entdeckt. Ich glaube, ein großes Tier muss da reingekrochen sein. Es hat enormen Schaden vorgesucht und scheint stark geblutet zu haben. Aber es muss entweder weggelaufen oder gestorben sein oder seine Verletzung überlegt haben, da ich keine Kadaver finden konnte. Das Biest hat Freunde mitgebracht, die Sicherheitsleute sind tot und ich kann nicht finden, um... Ich kann nicht sehen, indem man dies liest. Gesinn... Wahrscheinlich wurde der in dem Moment angegriffen. So. Na dann, gehen wir mal weiter. Das war schon wieder mal ab. Also hier scheint es auch nicht viel Nützliches zu geben, bis auf Munition. Okay, Spy Shapo. Das ist immer wichtig. Hm. Da ist auch noch eine Tür. Ne, von da kamen wir, oder? Ne, wir kommen von da, keine Ahnung. Ne, davon kamen wir. Da liegt ja was. Da kann man nicht nehmen. Dann gucken wir mal, was hinter dieser Türe ist. Natürlich ist er verschlossen. Also müssen wir doch wieder zurückgehen. Ein bisschen verarschen wollen wir mich auch. Das ist die Kontrolle der zeitgeschalteten Sicherheitstür zum schwarzen technischen Labor. Ich kann die Tür von innen blockieren, aber Sie müssen hier den Schalter drücken. Sie bleibt aber nur ein paar Sekunden offen und ich brauche etwas Zeit, um hinzukommen. Also warten wir jetzt, oder wie? Was macht der denn da? Macht der hier so Sly-Long-Low? Was ist passiert? Ich dachte, ich hätte erklärt, was Sie tun müssen. Also nochmal. Und hören Sie diesmal zu. Ja, danke. Du sagst überhaupt nichts zu Depp. Kann ich jetzt auch rein? Boah, was soll das denn jetzt? Lass mich raten, der ist gestorben. Habe ich recht? Habe ich recht? Ja, das ist ja natürlich super. Super, Alter. Da findet man gerade Teamfreund, was passiert. Er stirbt. Diese Dinge muss man kaputt machen. Diese Dinge sind mir auf den Sack. Ich muss irgendwie auf der anderen Seite rum. Boah, Alter. Natürlich, die Monster sind hinter mir und machen nichts. Ach, du heilige Scheiße! Ich kann Lohe helfen, wenn Sie vernünftig reden. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Überprüfen Sie den Terminal. Ich blicke da nicht durch, aber vielleicht kapieren Sie es. Hä? Was ist das denn hier für ein Wichser, Alter? Spät er mich hier ein? Okay, wie geht's weiter? Tief durchatmen, Blake. Aha. Danke für diesen ultimativen Hinweis. Oh Gott, dauert das lange. Komm schon, Blake. Geh die Tür auf. Ja, der Hinweis war natürlich geil. Tief durchatmen, Blake. Hm. Wo haben wir den abgespeichert? Nicht besonders weit. Na. Die sich die Grenz holt, tun wir es nicht nur mal an. Wer kommt denn da? Stürbt der wieder? Was haben wir denn hier, Alter? Das haben wir natürlich letztens mal übersehen. Aber ständig gestürmt zu sein, der ist hier reingegangen, Leute. So einfach kannst du natürlich gehen. Ihr hättet mir auch vorher sagen können, dass da ein Maschinengewehr Stützpunkt ist, mit dem man mal eben alles zerschränken kann. Okay, schon abgespeichert. Dann wollen wir mal weiterkommen. Neh, natürlich voll unseren Feuerlöscher raus. Ich hab nicht gestört, ich geh einfach weiter. Bastard, ich bin da wieder zum Zombie. Hier, Alter. Schnell, hier, 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 komm, Blake. Blake, wie auch immer. Niemand interessiert die Munition. Natürlich muss dieser Verteilerkasten nicht mit einem Ingenieur gemacht werden. Was zur Hölle soll ich verschießen? Das war wohl richtig. Na, toll. Als wäre es nicht schon schlimm genug. Komm, jetzt auch noch Soldaten. Wo ist jetzt dieser Bastard, der mich eingeschlossen hat? Den habe ich eine Kugel durchgeführt. Das sage ich ihm jetzt schon. Das ist der verdammte Bastard. Sieht da jetzt vielleicht was Neues? Nein. Hauen wir unseren Taschenlampe raus. Hm. Ah, das ist Beicherpunkt. So, die Tür machen wir nicht auf. Da ist unser... Zombie-Mann. Keine Soldaten in Sicht. Hm. War ja klar. Pistole, ja. Der klappt so jetzt viel nicht. Wer läuft denn da? Ja, Soldaten. Türsteuerung. Sollen wir denn die Überwachungskameras? Tür natürlich fließen. Soldaten. Soldaten. Und keine Ahnung, wer das ist. Ein Zombie? Wahrscheinlich. Nichts. Okay. Leute, wir haben ein Problem. Was war das denn grad? Schreiter, fand ich das berührt. Der Kerl hat eiderlichen Dachschaden. Okay, sagen wir den Soldaten. Mal, hallo. Hallo. Tja, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Löde Soldaten. Ah, komm mal, was hier ist ein Waffenlager. Das sieht man auch gerne. Munition, 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 Munition. Dazu sag ich doch nicht nein. Was haben wir denn hier? Schießübungen. Probieren wir's mal. Peng. Peng, peng, peng. Vielleicht gibt's irgendwie, keine Ahnung was. Ich will hier in diesen Punkt reinziehen, nur weil ich will. Ah, das hat geklappt. Vielleicht krieg ich hier irgendetwas, wenn ich das mache. Vielleicht soll ich das jetzt machen, um weiterzukommen. Cool, was jetzt, außer, keine Ahnung, hat doch nicht so viel gebracht, wie er hofft.